Die Sendung wurde live untertitelt. Hm, ein gutes Geschäft. Danke. Viel Glück, Lara. Es gibt schon seit langem Gerüchte über, in Ermangelung einer besseren Bezeichnung, Monster in der Umgebung der Mission des heiligen Johannes. Die Einheimischen weigern sich, über diese Sichtungen zu sprechen. Sie werden missmutig, wenn man sie erwähnt, und eilen meist davon, um sich in ihren Häusern zu verstecken. Ich bin jedoch fest davon überzeugt, dass diese Menschen nach ihrer Konvertierung erkennen werden, dass diese Monster nichts weiter sind als Aberglaube. Schatten, die im Lichte Gottes verblassen werden. Komm und sieh dir meine Ware an. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Klingt nach Ärger. Klingt nach Ärger. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Unmöglich. Ich brauche eine Explosion. Ich brauche eine Explosion. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Den Legenden der Maya zufolge wurzelt der Baum des Lebens, auch bekannt als Jaschte, in der Unterwelt und wächst dann durch unsere Welt, bevor sich seine Äste schließlich bis ins Paradies erstrecken. Irgendwo in ihm versteckt sitzt Iztamye, ein Vogelgott, der angeblich sämtliche Geheimnisse der drei Existenzebenen kennt, durch die der Weltenbaum wächst. Ich brauche sie, ein Vogelgott. Was ist das? 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 Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Was ist das? 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 Ich muss das? Was ist das? Ich muss das? Was ist 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 das? Ich muss klettern. 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 Ich habe keinen Nern. Ich muss klettern.